Musik Hallo Jerry, hallo Jerry! Aber wenn ich das grüßt, dann ist das immer gut. Wir haben es von den Musikerbeinen in den Festausschuss eingeweiht und ich habe die Aufgabe, die Musikerbeinen anzusagen, die hier dann zurückkommen. Aber... Grüß euch für den Traunag! Sie spielen unter der Leitung von Seben Aura, der dirigiert ist, von der Leitung von Seben Aura. Gleich im Anschluss, meine Herren, die Kirche, unserer Schirmeerin, die Bürgermeisterin, der Klaus Stürmer ist auch dabei, und ich bitte, dass alle zur Ehrentribüne jetzt rauskommen. Und jetzt nochmal ein Ehrenwagen mit verdiente Leuten, die die Musikerbeinen jahrzehntelang schon verstorben haben. Und jetzt nochmal ein Ehrenwagen mit verdiente Leuten, die die Musikerbeinen jahrzehntelang schon verstorben haben. Die Musikerbeinen in der Leitung von Seben Aura, der Klaus Stürmer, 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 der Klaus Stürmer. Schneidig marschieren Sie uns auch in die Musikerbelle St. Markthild in Oberseiental. 150 Jahre alt, aber eine ganz junge Obfrau, die Johanna Kuffler, ist mit dabei. Vielen Dank für Euren Besuch. Euren Besuch Euren Besuch Euren Besuch Euren Besuch Euren Besuch Der zweite Zug wird aufgehört von Lodi Auer und sein ehemaliger Torpetter und der Musiker Das diren das im Hintergrund die Musikkafee von Hülterberg und Jungen Hülterberger haben eigentlich 13 Leute aber heute haben sich die aufgenommen Und jetzt marschiert vorbei der Schiffleitverein von Mustdorf. Es ist der älteste Verein im Dorf, ein ganz starker Verein. Und ganz schön, dass die Heidenerer Plätzen und mit Stangenreizung, mit allem Drum und Brand hier bei uns teilnehmen. Danke! Vorstand von dem Verein ist unser Altbürgermeister, der Hans Duttenurfer. Und man merkt, dass dort Power dahinter ist. Danke! Applaus Jetzt kommt die Musikkappeil in Großholzhausen. Eine starke Kappeil mit vielen Auftritten. Die Erlauben ist eine große Gemeinde. Wir haben schon viel zum Spuren. Wir sind aber dabei. Die Leitung ist Stefan Heinti und Hans Duttenurfer. Jetzt kommt die Schonstädter Schlossmusee. Das ist eine ganze junge Kapelle. Zehn Jahre alt. Mit der Dirigentin Michaela Heinberg. Die Fahrerwehr von Nussdorf. Die Bahnklavion für die Christenhelfer. Und die Festen. Danke für die Küche. Dann die Musikkappeil in Großstädt. Grüße an die Schildkreis dabei hat. Und wieder. Mit dem wir schon seit 2016 schon wieder zugemacht. Du musst mal über die Schildkreis dabei sein. Die Schildkreis dabei werden. Schildkreis! Die Schildkreis! Die Schildkreis! Der Schildkreis! Die Schildkreis! Er ist die Schildkreis dabei. Musikapfel, Steinkörn, Halshofen, die Regierenden werden auch Musikapfel in S.A. Ostdorfer, Oswald, Hau, 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 Hau und Hau, 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 Hau. Schon einer beim dritten Zug Zugführer haben Hans Schober vom Soderberg. Er hat eine lange Zeit bei uns ein Musikabend. Kleiner Hinter, die Musikabend. 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 Musik. Und jetzt muss der Papier lieber Zeit machen. Und jetzt unser Trachtenverein sind, indem wir eigentlich viele Helfer von ihr gebraucht haben, in einer Stärke und über das Gewohnheit. Dankeschön fürs Thema. Vielen Dank. 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 Und jetzt mit und 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 Oder Spiegel. Unsere Bewertungsrichtlinie ist ein Fondschirm. Wie geht das aus? Das ist ein Fondschirm. Die Bewertungsrichtlinie ist ein Fondschirm. Sie schreit. Wettungsrichtlinie ist eine Schwertung angekündigt. Dann hat sie in die Person nach rechts. In die Person nach rechts. Im Laufschirm. Dann hat sie in die Person nach rechts. Wenn Sie in die Person nach rechts featherschen. Musik Applaus Jawoll, Applaus! Applaus Das war ein Fisch, das war ein Fisch. Musik 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 Das ist die Kleino, das darf reißen.